Yo, hey Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr seht, gibt es heute wieder Minecraft und der lootet einfach alles ohne mich. Auf jeden Fall gibt es wieder Minecraft, nicht die beste Qualität, aber ich versuche für euch alles rauszuholen, was ich kann aus diesem PC. Das ist das Maximum, mehr geht einfach nicht. Und ich hoffe trotzdem, dass ihr dranbleibt und das Video zu Ende schaut und ich würde sagen, ich rüste mich kurz aus und dann sehen wir uns wieder. Ja, okay, mit dem Ausrüsten wird es wahrscheinlich nichts, weil sie oder er mir nichts geben will. Bei mir ist es eine Taktik, dass ich ein Mädchenskin habe, Leute. Das ist eine ganz geile Taktik und zwar denkt jeder Junge, Mädchen sind scheiße Minecraft. Dann kommt sie und zerstört dich ein. Denkt, das war ein Mädchen, das sich zerstört hat. Nee, es war ich, ein Junge. Wow. Ich würde sagen, wir suchen jetzt ein bisschen Kontakt. Ach Junge, jetzt los. Genau das war ich. Das ist eine krebskranke Community von Minecraft, die nichts kapieren. Nicht alle, aber die meisten. Was ist das? Ich gehe in Gommel-Tests und jeder beleidigt mich. Als Spasti. Danke, du kannst mir jetzt auch mal was droppen. Nice. Das war richtig special gerade, der Kampf. Ich habe so viel gemacht. Seht ihr das? Ein Full-Equipter. Scheiße. Wenn du gut bist, dann können wir das schaffen, Dude. Oder wir schubsen ihn runter. Hey, my bitch don't love me no more. Hey, she hit me out on life, bro. Hey, that's what she said. Kleiner Go, Digga. Das? Ich würde sagen, der habe ich meine, der hat gerissen, ne? That's what she said. Boah, bist du lustig, ne? Du bist so lustig. Lass mich hier unten verrotten, ne? Ich habe gerade gemerkt, dass die Minecraft-Zaun so übel leid war und es ist mir leid dafür. Jetzt habe ich sie etwas lauter gestellt. Aber los jetzt. Ja, wie soll ich da jetzt hochkommen, ne? Zum Glück habe ich ein Jahr lang per Kugel. Oh, du kannst was. Danke sehr, dass du mitdenkst. Oh. Auf jeden Fall bedanke ich mich nochmal für die Bewertung auf das letzte Video, denn das ist ziemlich gut angekommen bei euch. Dies von Deadspake, als ich ihn so ein bisschen analysiert habe. Bisschen spielst du. Ansonsten bedanke ich mich, dass du das Video bis zum Schluss geguckt hast. Und damit würde ich jetzt sagen, tschüss. Und damit wäre ich noch ein paar Jahrhdee. Also, bis zum Schluss. Für uns Share am komen. Bis zum Schluss. Jetzt wünsche ich the best. Bis zum Schluss.